hihihi aber ich muss lachen Entschuldigung, wisst ihr wer das war? Das war Tim den ihr kennen solltet und er schafft es irgendwie immer anzurufen wenn, oder mal zu fragen ob ich Zeit habe immer wenn mein Cousin kommt den Andi, den ihr vielleicht ja auch kennt der vielleicht mit mir in der Zeit was aufnimmt hat er gesagt, er weiß es auch noch nicht ich muss jetzt ein bisschen im Vorrat aufnehmen, damit ich für die Zeit auch was hochladen kann aber er schafft es immer wieder ich finde das so lustig und es ist auch das erste Mal, dass ich jetzt so richtig was von ihm gehört habe seit meinem Amerika Austausch weil, äh, davor habe ich nur über Whatsapp und so aber, naja, egal und über Facebook und so und ich weiß jetzt nicht, woher ich jetzt hin muss, weil hier sind keine Lumps aber 50 ist so eine schöne runde Zahl vielleicht ist hier nichts mehr, wer weiß das oh, ich muss immer nur so lachen naja macht nix ähm okay ui coole Rolle den Käfig da oben habe ich ja gerade zerballert, ne war da überhaupt einer drin? ich hab grad nicht aufgepasst okay, ähm achso, hier sind wieder selbst zusammenbauende Pilze okay, kann man nochmal rumgehen das nutzt ich natürlich aus und guck mal, was hier wohl so ein Scheiß zu finden ist wow Kamera, bitte ich gehe davon aus, dass ich qualvoll krepiere, wenn ich hier in diese Grütze falle aber Freunde, mir macht das Spiel echt Spaß, muss ich sagen ist eine Mischung aus Jump'n'Run und Action Adventure, würde ich sagen ähm oh mein Gott sind das Spinnenweben immer für die alte Enzyklopädie siehst du diese Luftströmung? Rayman, sprachausgabe, ich vergesse es immer wieder die Viere da in deinen Helikopter aufflügt achso achso, das sind Luftdinger hier sind selbst zusammenbauende Pilze was ist das bloß für eine Flora ist ja ekelig ähm, gut, wie machen wir das? da ist ein Schild, da stehe ich wahrscheinlich nochmal derselbe Scheiß drauf ja ich möchte natürlich gucken, wo die Lumps sind ok, da ist der Erste yay ich hoffe mal, ich habe bis jetzt alle Lumps, ich weiß es nicht Kamera wow was machst du denn da? haha, hab ich schon gerade gesehen, der kommt vorangeflogen, aber den indore ich jetzt einfach seine KI ist eh viel zu schlecht als dass er mich angreifen kann da ist noch ein Lum dann müssen wir uns so ein bisschen fallen lassen da untergehen quasi nee, so nicht nein, runter da kommt noch einer kann ich in der Luft schießen? Lumplase Lumplase, habe ich gesagt der Pirat da ey aua oah dieses Arschloch wo ist er? tipp komm her ah, da war was, mit einem Schlag tot? what the hell wo ist eine andere Pirat hin? aua ach da na du Arsch verpiss dich mal so, versuchen wir es einfach nochmal ich will natürlich den Lum haben ob ich da runterfalle das ist mir jetzt ganz egal das andere Ding war hier irgendwo genau sieht so lustig aus wie man mit diesem Ding fliegt, ey so, wo waren jetzt der Lum? Kamera, äh, bitte fokussier dich vielen Dank hä, warte mal, warte mal hä, war der Lum nicht irgendwo anders? da gibt es irgendwie zwei Seiten oder so Mann, man kann Kamera nicht drehen hier irgendwie voll scheiße oh, okay yeah hey, voll geil hä, wo waren das jetzt? da ach so, okay es gibt zwei Seiten äh, okay bisschen unübersichtlich hier muss ich sagen tut mir echt leid hä, warum tut mir leid? da kann ich ja nichts für da kann das Spiel nur was für Spielscheiße nein, das Spiel ist cool ich mag das ich mag es bis jetzt wirklich macht mir wirklich Spaß äh, jetzt möchte ich aber guck mal, ah, jetzt jetzt haben wir eine gute Übersicht äh wo gehen wir denn als erstes hin? ich will wirklich erstmal den Lum hier haben glaube ich dafür lasse ich mich einfach fallen nicht so wem mich trifft jetzt wieder irgendein Pirat in der Luft ach, bitte ach, bitte schenkt mir doch nur diesen einen Lum ich weiß ja nicht ist die eine Zahl überhaupt Lum oder ist die eine Zahl auch Lums? ein Lums das kann natürlich auch sein ich weiß es nicht wie gesagt ich kenne mich im Rayman-Universum nicht so aus ach, bitte äh ach man, das war so knapp ich weiß mal nicht ich habe immer Angst, dass ich viel zu tief dann auf einmal bin oh man dass ich diesen dummen Lum nicht mehr kriege und ich höre schon wieder einen im Käfig eigentlich die saugen sich ja auch so ein bisschen ran, ne? sagte ich schon ich mag das Spiel aber die Kameraführung ist manchmal so ein bisschen ein bisschen doof man, das ist immer knapper, ey ich lasse mich jetzt einfach ganz tief fallen das war nicht tief wow Rayman man, bitte Kamera sei nicht so unfair man, das ist immer so knapp man, ich hänge da jetzt schon ein paar Minuten dran komm ich hole mir jetzt einfach diesen scheiß Lum und dann war es das so, meine Güte so, dann fliege ich zurück in diesen Tornado Tornado vor allen Dingen voll der heftige Tornado dann fliege ich da rein scheiße, das geht nicht äh hä hä könnte die Kamera sich bitte drehen das wäre voll nett und nicht so langsam, wie es jetzt tut äh ich muss da aber rein, oder was? äh oder muss ich vielleicht von dem anderen Tornado ja, ganz klar, okay dann gehe ich jetzt mal in den Tornado, wo ich eben den Lum geholt habe gehe ich von da aus dann in den Anladen haha oh, da oben ist auch ein Lum okay la 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 okay, wieder Lum-Action hier haha ah, nee, du aber wenigstens habe ich den jetzt schon mal gekriegt so wunderbärchen jetzt kommen wir hier oben raus da sind noch Lums okay, wir warten, bis sich die Kamera gedreht hat jetzt müssen wir da rein, wahrscheinlich, ne? was anderes gibt es hier gar nicht mehr okay bitte lass mich das jetzt schaffen ohne weiteres ah, mein Gott okay, ich habe es geschafft habe auch den Lum gekriegt das ist mal wieder wunder alter, wenn du mich jetzt runter schießt, Alter ich bring dich um dann kann ich da rein oh, äh, nicht gekriegt achso, ich weiß schon ja, ich weiß doch jetzt, wie es geht, Mensch wir haben den Lum da unten noch haben ich kann auch einfach hier drauf landen oder? scheiße ah so ein Dreck jetzt hat es nur voll versaut aber ich kann da hinten noch rein oder nee, kann ich nicht ich kann hier rein gut, ist in Ordnung machen wir es eben so wir sind doch wieder gleich hier okay, Freunde ganz egal, wie lange der Part noch dauert ich will jetzt wenigstens nochmal diese Lum bis hier kriegen damit wir das wenigstens in diesem Part abgeschlossen haben ach, come on Lum Lum please Leute, ich, ich, ich raste bald wieder, ne ihr wisst, wann es soweit ist so, jetzt aber ach man komm, das war knapp wow ich weiß ja jetzt, wie es geht ich weiß auch, wie ich gleich nach oben komme ich will diesen Lum noch haben wow man, Rayman, hör mal auf hier so geheime Tricks zu machen ich mag das Spiel nur die Kameraführung ist komisch aber das macht absolut nichts danke so und jetzt sollten wir eigentlich von der Spitze dieses Dings aus in den anderen Tornado kommen oder wir können einfach so machen ich wäre eigentlich nicht ich fliege doch lieber mal da hin denn ich möchte diese Lums hier auch noch haben ich möchte alle Lums dieser Welt haben denn wir möchten das Herz der Welt ja wieder zusammensetzen nicht wahr das ist es doch, was uns antreibt und die 57. möchte ich bitte auch noch haben okay ist das denn die Mö... ist das die Möglichkeit wäre das okay wenn ich den auch noch kriege vielen Dank ah so wunderbar wir haben alle Lums glaube ich hier in diesem Gebiet ich habe es von hier aus in den anderen Tornado wieder von da aus kam ich ja besser zum sieht schlecht aus oh komm bitte yeses okay dann sollte ich von hier eigentlich problemlos ich hoffe ich kann in der Luft schießen ja okay 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 die Steuerung funktioniert problemlos beim Ballern wunderbar so gucken wir nochmal ganz schnell äh was ist das ach oh den habe ich gerade nicht gesehen welch ein Glück aber auch dass ich so ein scharfes Auge habe oh ja oh nein okay von diesem Zirkel aus gelangst du in eine Welt, die du schon besucht hast aha indem du durch eine magische Spiraltür gehst ach so ich habe ähm ich habe ich habe ich habe ich habe ich muss ja sagen ich habe das Spiel ist es der von dem wir kam what the fail ne wird nichts mehr sein ähm ich habe das Spiel ja schon mal ein bisschen angespielt nicht bis hierher aber ich habe das schon mal ein bisschen mit meinem Cousin als ganz früher gespielt und ich erinnere mich noch da war eben schon ein Speicherstand und da war auch mal beim Stein Zirkel gespawnt da konnte man irgendwie auch so Welten auswählen deswegen war ich so ein bisschen verwirrt dass es jetzt nicht geht aber wahrscheinlich ist da quasi das Level wiederholen die einzelnen 10 Stages bestimmt waren das auch 10 what the fuck ah ja und jetzt haben wir hier bestimmt die Stage abgeschlossen quasi und kommen jetzt wieder zurück und können dann woanders hingehen weil wir jetzt leibefreit haben dadurch kommen wir bestimmt wieder zurück in die Feenlichtung oder in das Hauptgebiet und können da diese eine Porta-Ding so das ist was wir schon gesehen haben wetten aber freundlich wird sagen nein 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 das machen wir im nächsten Bad wollte ich sagen ach so ich habe aber nirgendwo noch welche gesehen okay das können wir aber sicherlich noch mal später wiederholen und dann werde ich da noch mal gucken nicht wahr obwohl das Abkackgeräusch gerade zu 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 äh nee mache ich lieber manuell ah ja jetzt sind wir beim Stein Zirkel Wunderbärchen Freunde ich würde sagen wir sehen uns im nächsten Part hier wieder wenn wir mal das andere Gebiet erforschen wo wir schon gesehen haben ja ja Freunde bis zum nächsten Part tschüss